Hallo Leute! So, Schule ist jetzt zu Ende. Ich hatte gerade noch Tanzen, das war so schwer und heute kam eine Frau in unserem Unterricht und hat die Schuluniform gecheckt und ich musste meine Ohrringe rausnehmen, hab die aber wieder reingemacht und jetzt gehen wir zum Strand und ich nehme euch mit. Da warten sie. Digga, ich mache meinen Vlog. Hey guys, I'm vlogging. So Sienna, wie fandest du unseren Tag heute? Und wie findest du Tanzen? Aber schwer. Wir mussten Afro-Dance machen, aber ich fand das besser, weil heute haben wir so Hip-Hop gemacht. Und das war schwer heute, das war richtig schwer. Leute, ich hab die Hand vergessen, ich muss zurück in die Schule. Ich hab die extra zum Trockenen rausgelegt, weil die war noch feucht von gestern. Dieser Campus ist so groß, nervt mich. Du musst halt von jedem Klassenraum zu einer anderen laufen und da musst du über den ganzen, ganzen Campus. So. Hab sie. So, ich hab die Handtücher, die sind alle vorgelaufen und jetzt fahren wir zu Mission Bay. So heißt der Strand und das ist eine Stunde von hier. Und jetzt gerade laufe ich zum Bus. Und da geht's hoch. Das ist ein kleiner Berg. Anstrengend. Und ich fahr ja normalerweise mit dem Fahrrad zur Schule. Aber das muss halt in der Schule bleiben. Da sind sie. Und was siehst du, oh mein Gott. So, wir gucken. Wir gucken. Wah! To the beach, yay! Yay! Sienna muss mich anstrecken. Thank you. Das funktioniert hier so mit Karten, da muss man die immer ranhalten. Und jetzt gehen wir hoch. Ich weiß es eigentlich nicht. Möchtest du nehmen die Sitzung? Ich glaube nicht. We're going to the beach, yay! Neat! What does it mean? Okay Puppi, say Kvala. Nicola says Kvala. 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 You both say Kvala. Kvala. Wait, how? Kvala. Kvala. Yes! Kvala! Okay, um, what should they say in German? What does it mean? Huh? A German word. Niki. Stop. Autobahn. 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 Oh, you're good at this. Eichhörnchen. 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 Er macht es kaum, dass am vector lug intéressant zu zeigen. Eichhörnchen. 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 pap让werken. Lanz. Eichhörnchen. So, wir sind jetzt in der Stadt angekommen. Ja! Nein! Seht ihr, ich gehe schräg über die Straße. Wir haben die Hälfte der Gruppe verloren und ein bisschen sind wir jetzt noch kurz zu mehr Kids. Die anderen sind schon vor. Wir verpassen den Bruch, die wollten unbedingt was essen. Da hinten ist Anwalt. Wir haben noch Brot gekauft. Wir verpassen den Bruch. Es geschah. Das ist Anwalt aus... Where are you from? Another Norway. Norway! So Leute, mal kurz wieder klarkommen. Ich habe hier gerade meine Tasche wieder neu gepackt, weil... Kennt ihr das? Ich kriege immer richtige Aggressionen, wenn meine Tasche all over the place ist. Ich komme damit nicht klar. Wir haben ein Brot. Die Hälfte unserer Gruppe ist jetzt schon am Strand. Ich bin hier mit dem Viech und den anderen da hinten. Während andere schon wieder im anderen Bus sind. Wir müssen 10 Minuten warten. Öffentliches Verkehrsmittel geht gar nicht klar. Ja? Okay, say something. So, say hola. Hello! Say... Ich liebe dich. No, das ist mir. I love you. Ja. Ich liebe dich. Say... Klobrille. Again? Klobrille. Klobrille. What is that? It's toilet seat. I need to go to the bathroom. Yeah, me too. Let's find one. My mom is calling. So, man sieht schon das Meer. Wir sind hier. So Leute, wir sind endlich angekommen. Auf zum Strand. Und... Fischen wenn. Ist das die richtige Richtung? Is that the right direction? Yeah, no. Oh. Doch. Nein. Wow! Alright, let's go! Durch ne kleine Gasse gehen wir. Oh! Niki, freust du dich? Ja. Sag mal was in die Kamera. Auf Deutsch, oder? Dreh dich ja an. Ja. Freust du dich? Ja. Ja. Äh... Also wenn ich dir Ratschmann... Your turn! Yeah. Okay, try. Go try! Wow! Wow! So, jetzt müssen wir nur noch die anderen finden und... ...ins Wasser! Oh, wow! 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 Look at the suncreme! Oh, wow! Wow! Sooo, oh, wow! Oh, wow! Ei, ei, ei! Ei, ei! Ei! Ei, ei, ei! Das war's für heute. Ich möchte ein Eis. Ich möchte ein Eis. Ich möchte ein Eis. Now whole sentence. Ich möchte ein Eis. Ich möchte ein Eis. Oh, say it again. Ich möchte ein Eis. Oh, bro. How are you? Ich möchte ein Eis. Very good. Alright. We got ice cream. Wir haben Eis geholt. Und das hier ist eine neuseeländische Eis-Marke. Poppy, what's in it? One more. Es ist sehr lecker. Ein bisschen wie ein Sandwich. So, ich möchte ein Eis. So, ich möchte ein Ebt. Und dann ist der KQA. Ein Ebt istisfitif. Oh, komm. Ich möchte ein Eis. Das ist so schnell, das ist.